One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr da seid. Heute will ich mal ein bisschen darüber reden, welche Person überhaupt noch den stärksten Charakter in One Piece stoppen könnten. Und zwar, wie wir alle wissen und viele wollen es einfach nicht wahrhaben, ist Blackbeard. Und er ist einfach objektiv betrachtet, ist er der stärkste Charakter bis jetzt in One Piece, Leute. Und deswegen, eigentlich macht dieses Video keinen Sinn. Punkt. Eigentlich kann ich jetzt aufhören. Nein. Weil, wenn er der stärkste ist, gibt es natürlich keinen, der ihn besiegen könnte. Aber es gibt natürlich noch Konstellationen und sowas. Und ich will über Personen reden, die bereit wären, vielleicht dieses Potenzial hätten, ihn stoppen zu können. Denn man muss doch einmal sagen, damit ihr es so ein bisschen wisst, Blackbeard hat einfach die stärkste, also Logia-Früchte werden als stärkste Teufelsfrucht-Art bezeichnet. Und er hat die stärkste Logia-Teufelsfrucht, also damit auch die stärkste Teufelsfrucht. Und dann hat er noch die stärkste Paramecia-Frucht, nämlich die von Blackbeard. Und damit ist er einfach, äh, ist er schon der stärkste. Also selbst wenn jetzt der stärkste Sohn-Nutzer gegen ihn antreten würde, wäre das, äh, ja, ich sag mal, kein, kein großes Ding für ihn, weil er die von den zwei anderen Arten die stärksten Teufelsfrucht-Früchte hat. Und, ähm, wir wissen ja auch nicht, was er jetzt noch in den zwei Jahren gemacht hat. Er könnte ja vielleicht noch jetzt die stärkste Sohn haben, wenn wir sie noch nicht kennen würden. Ich denke aber, dass die stärkste Sohn bei Marco liegt mit seiner Phönixfrucht. Ich denke schon, dass das, ähm, das ist ja wirklich, Leute, das brauche ich jetzt nicht nochmal breit labern. Das Thema ist ja wirklich schon oft behandelt worden, dass Blackbeard wirklich die Phönixfrucht haben will. Oder das wäre der größte Nutzen für ihn, wenn er sie bekommt. Ähm, und deswegen will ich jetzt weiter nicht philosophieren. Wir gehen mal von dem Standpunkt aus, dass er die stärkste Paramecia hat und die stärkste Logia, nämlich die Gura-Gura-Numi und die Yami-Yami-Numi. Und deswegen ist er einfach jetzt der stärkste, Leute, Punkt. Darüber wird jetzt nicht mehr gestritten. Und zwar vor dem Timeskip bei Marineford wurde gesagt von den Gorosei, ein kleiner Hinweis für dieses Video eigentlich, äh, der einzige Hinweis, den man hätte. Da haben die Gorosei gesagt, die einzigen, die Blackbeard jetzt noch stoppen können, sind Marco und die restlichen Whitebeard-Piraten. Ähm, da wir jetzt aber auch wissen, dass es leider fehlgeschlagen ist, was Marco da versucht hat. Er hat verloren. Es gab große Verluste bei den Whitebeards. Und deswegen, ja, ist die Aussage von den Gorosei irgendwie nicht wahr gewesen. Weil, könnte ja auch sein, dass die Whitebeards einfach ein bisschen gewartet haben. Vielleicht hat Marco einfach noch ein halbes Jahr gewartet nach Marineford. Und in der Zeit ist einfach, äh, Blackbeard noch stärker geworden und hat es nicht geschafft. Ähm, deswegen, ich habe hier auf der Liste halt als ersten Charakter Marco, er könnte es schaffen. Also, ich hab's immer gedacht, Leute, und wir wurden leider eines Besseren belehrt. Aber ich denke immer noch, er hat das Potenzial und er ist wirklich einer der stärksten Charaktere aus Monpeace. Er wurde zwar bei Marineford so inszeniert, dass er auf die Fresse kriegt und nichts drauf hat. Aber dennoch denke ich, er hat das Potenzial, äh, einen Blackbeard vielleicht zu besiegen. Ähm, auch wenn er es wirklich nicht geschafft hat mit seinen Leuten. Das muss man einfach jetzt sagen, Leute. Dann habe ich auf der Liste natürlich Kaido. Kaido wird als stärkste Kreatur bezeichnet, ähm, die auf der Erde ist. Und auch gerade aktuell hat der Erzähler uns Kaido als stärkste Kreatur, ja, vorgestellt. Ähm, was vielleicht von One Piece auch so ein Zeichen sein soll, dass er wirklich die stärkste Kreatur ist. Deswegen würde es eigentlich Sinn machen, äh, dass Blackbeard nicht der stärkste Charakter ist. Aber er ist es einfach, Leute. Also, er könnte mit Leichtigkeit, denke ich mal, Kaido besiegen. Aber, wie gesagt, da jetzt Kaido als stärkste Kreatur angeteast wurde oder uns vorgestellt wurde, macht es einfach Sinn, dass er mit einer der, ich sag mal, er hat die größte Chance jetzt, von den jetzigen Charakteren in One Piece, einen Blackbeard zu stoppen. Ähm, denn wir haben auch gesehen, zum Beispiel, ein Dragon hatte auch, wir wissen nicht, wie der Kampf abgelaufen ist, was da passiert ist. Aber es scheint so, und nach außen wird es so ausgetragen, dass Dragon verloren hat, was auch ein bisschen krank ist. Denn es wurden auch immer die Theorien halt, dass er eine antike Waffe ist, Dragon und so, um mal kurz zu Dragon zu kommen, dass er die stärkste, ähm, Soanfrucht hat. Gab's auch Theorien, dass Dragon, wie gesagt, ähm, eine Drachenfrucht hat und sowas. Ähm, das denke ich jetzt aber nicht mehr. Ich denke, er hat einfach nur die antike Waffe vielleicht, Uranus oder irgendwie eine Wind, äh, Teufelsfrucht, die ich auch ziemlich begrüßen würde. Ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt komme ich dazu nämlich, äh, um wieder den Weg zu Kaido zu finden, dass Kaido eine Drachen-Teufelsfrucht hat, die, äh, ja, Typ Feuerdrache. Und, um das nochmal ein bisschen zu untermalen, verlinke ich euch in der Beschreibung mal eine Theorie von mir, die ist schon ziemlich alt, also achtet nicht aufs Editing, achtet nicht auf meinen Redefluss und achtet auf keinen Fall auf, ähm, ja, die Mikroqualität, aber dennoch ist die Theorie ziemlich, ziemlich geil und ich bin immer noch davon überzeugt, dass er die Teufelsfrucht hat, also die, die Soan-Teufelsfrucht-Typ Feuerdrache und dass das die stärkste Soan-Teufelsfrucht, ähm, ist. Und, ja, und ich denke nicht, dass Markus, äh, wirklich die stärkste ist, auch wenn es eigentlich so nach außen jetzt Sinn macht, dass Markus ziemlich stark ist, wirkt auch ziemlich krass, sodass er sich regenerieren kann. Es ist eine antike Soan, aber ich denke trotzdem, dass die von Kaido, äh, noch um einiges krasser ist und ich denke, weil er ja auch, äh, eine komplette Soan-Armee unter sich hat, jeder von ihnen muss eine Soankraft haben, ob es jetzt künstlich oder nicht künstlich ist, aber jeder von seiner Crew muss eine Soan-Teufelsfrucht haben, deswegen macht es einfach Sinn, dass der Boss auch eine Soan-Teufelsfrucht hat. Alles andere würde keinen Sinn machen. Ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Kaido auch als unsterblich halt betitelt wurde, dass der mit die größten Chancen gegen einen Blackbeard hat. So, Leute, jetzt komme ich zu einem Punkt, ähm, zu dem nächsten Charakter, und zwar Shanks, Leute. Ich weiß, Shanks, braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, Shanks hat schon mal verloren gegen Blackbeard, aber ich denke, es sind einige Jahre vergangen und die Jahre sind zugunsten von Shanks ins Land gegangen, dass, äh, Shanks sozusagen in dieser Zeit, wo er jetzt Kaiser war, amtierender Kaiser in der Zeit, einfach extrem stark geworden ist. Wir haben es ja gesehen, der konnte mit Akainu mithalten, als wäre es nichts. Also man kann ja so ein bisschen mal sich immer so eine Brücken bauen und da baue ich immer die Brücken so. Er hat von Akainu den Schlag abge... Der Schlag war wirklich, äh, weit ausgeholt und ziemlich krass, den er gegen Korbi fetzen wollte aus Wut. Den hat Shanks ohne Leichtigkeit, ohne dass sein Schwert überhaupt zittert, hat er es, äh, hat er seinen Schlag aufgehalten. Und das zeigt eigentlich, dass er, ja, mit Leichtigkeit mit einem Akainu so mithalten könnte. Das ist der einzige Anhaltspunkt. Und ein Akainu, ähm, schätze ich schon so ein, ich weiß, Leute, und gerade ich als großer Whitebeard-Fan, Whitebeard war ziemlich angeditscht und angeschlagen, aber dennoch hat Akainu von Whitebeard die Ultra-Bombe weggesteckt, als wäre es nichts. Okay, er war schon ziemlich zerfickt danach, aber er ist trotzdem wieder aufgestanden, hat diesen Schlag von Whitebeard überlebt und hat mit ihm, äh, auf Augenhöhe gekämpft und hat ihn auch in die Knie gezwungen, einen Whitebeard. Er war zwar angeschlagen, das ist zwar nicht so ein krasses Argument, aber trotzdem sagen auch viele, Akainu konnte mit Whitebeard ein wenig mithalten. Und deswegen, ähm, alleine der Fakt, dass er mit Whitebeard ein bisschen mithalten konnte, ähm, das ist halt die einzigen Stärke-Indizen, die man hat sozusagen. Und auch, ähm, ja, halt, weil, ja, ein Whitebeard konnte vor dem Timeskip einen, also er war fast tot, Whitebeard, wissen ja alle, er hat fast einen Blackbeard, ähm, umgebracht da mit seiner komischen, mit seiner komischen Lanze da, haben wir ja gesehen alles, ähm, und auch der Schlagaustausch zwischen Shanks und Whitebeard, wo der Himmel sich gespalten hat, ist auch so ein Indiz, dass sie so gleich stark wirken sollten, und man hat halt gesehen, wie gesagt, der einzige Indiz ist, dass Whitebeard einen Blackbeard zu Boden zwingen konnte, und Blackbeard war wirklich zerfickt, er hat davor Schmerzen geschrien und ist fast gestorben, ähm, ja, und deswegen denke ich schon, dass ein Shanks jetzt, so bei Marinefortzeiten, schon einen Blackbeard besiegen kann. Er hat ja auch gesehen, Blackbeard hat ja auch Eier geschoben ein bisschen, er hat gesagt, ja, ich, äh, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, Leute, wir ziehen durch, wir, wir, wir sind weg hier, wir sind wieder in der neuen Welt, Shanks, wir kämpfen dann, wenn wir uns dann sehen, und deswegen denke ich schon, dass ein Shanks eine Chance hat, Blackbeard jetzt zu besiegen. Was damals passiert ist, wissen wir nicht, ähm, ja, so, jetzt komme ich noch zu Big Mom, ist eigentlich offensichtlich Big Mom, einer, auch eine für Kaiser, die Kaiser werden alle kräftemäßig auf einem Niveau sein, wir haben jetzt auch gesehen, was für eine Kraft sie hat, sie kann einfach Lebenszeit entziehen, was wir aber nicht wissen ist, wenn sie gegen Blackbeard kämpft, was mit der Dunkelheitsfurcht, ob die Kraft von ihr dann entzogen wird, und dass sie dann nichts mehr entziehen kann an Lebenszeit und so, das wissen wir nicht, aber es wurde halt von den Gurusei gesagt, dass die Kaiser die Letzten und Marco halt sind, die Letzten, die Blackbeard noch aufhalten können, und deswegen habe ich Big Mom hier raufgeschrieben, ganz offensichtlich, und jetzt komme ich auch schon zum letzten Charakter, und der, Leute, ist einfach offensichtlich, und ich wird, Leute, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass dieser Charakter, der jetzt kommt, auch natürlich Blackbeard besiegt, und zwar, wer ist es? Monkey D. Ruffy, natürlich, Leute, er muss ihn besiegen, es ist der Hauptantagonist, und er ist der Hauptprotagonist, er hat seinen Bruder offengewissen, er hat, ähm, ja, er wollte ja ihn eigentlich erst der Marine ausliefern, er wäre eigentlich schon tot gewesen, ähm, Ruffy wäre Ace nicht gewesen, und alleine dieser Fakt, dass Ace sich geopfert hat für Ruffy, ist schon irgendwie ziemlich emotional, und wir wissen ja auch alle, dass er Hauptfeind ist, und Ruffy hat ihn immer im Gedächtnis, man hat es zuletzt gesehen bei, ähm, auf Dressrosa, wo Ruffy da voll die Wut und die so hatte, als er nur die Teleschnecke gesehen hat, und es wird auf jeden Fall dazu kommen, beide wollen Piratenkönig werden, und es kann nur einer werden, und Ruffy ist natürlich der, der es, jede Folge erinnert er uns daran, dass er Piratenkönig werden will, und er wird es auch, und er wird Blackbeard besiegen, mit welchen Mitteln und wie er das macht, wissen wir nicht, aber Leute, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Ruffy irgendwann in der Lage sein wird, einen Blackbeard aus eigener Kraft zu besiegen, nicht mit seiner Crew oder sowas, weil das wäre irgendwie ein bisschen low, Mann gegen Mann, irgendwie, irgendeine, irgendwas muss er drauf haben, weil er kann nicht mit einer Kingkong-Gun gegen ihn schlagen, weil das währt er einfach mit der Dunkelheit ab, und dann ist alles sozusagen absorbiert, sag ich mal, deswegen bin ich noch ein bisschen gespannt, wie er das machen will, wie er dieses, dieses Schild gegen Teufelsfrüchte, wie er das umgehen will, das ist eigentlich unmöglich, oder er kämpft halt ohne Teufelsfrucht, einfach so mit Fäusten gegen ihn, was auch ziemlich krank ist, ähm, bin ich mal gespannt, Leute, aber ich denke, wir sind uns alle so ein bisschen einig, ich hab Dragon jetzt extra nicht noch mit auf die Top-5-Liste gehauen, weil, ja, aber okay, das ist jetzt auch kein Argument, weil Marco hat auch schon verloren, aber wie gesagt, Dragon hatte auch eigentlich eine Niederlage kassiert, deswegen hab ich ihn nicht mehr draufgeschrieben, ich musste mich halt entscheiden, zwischen Marco und Dragon, und ich, ja, ich will nicht sagen, Marco ist stärker als Dragon, weil ich denke schon, Dragon ist ein bisschen stärker, aber er hat wirklich eine Niederlage kassiert, so wird's nämlich rausgegeben, und deswegen, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, wer's noch vielleicht mit ihm aufnehmen kann, ähm, ja, okay, vielleicht ein Admiral, vielleicht noch die Gorosei, vielleicht Kong, aber das ist alles ein bisschen weit hergegriffen, und, ja, wird auch wahrscheinlich nicht passieren, deswegen hab ich's einfach nicht mit reingenommen, schreibt's in die Kommentare, Leute, ich bin raus, ciao und tschüss.